so hallo und herzlich willkommen zu let's play planet 2 und wieder dabei ist der altersbeliebte zu dennoch zurecht gefürchteter woppy mein mein ach und der ist tot oh von folly johnny ja zack ich habe auch einen du hast einen wo du wurdest ich habe natürlich einen du wirst natürlich getötet niemals never ever lass mich nicht töten ach schnickschnack alles gefakt ich sterbe nicht ich höre schon rattert hier ziemlich irgendwo überall ja wir sind zu dem glorreichen schluss gekommen dass wo ist der hier muss irgendwo ah ich sehe haben wir schon gewonnen? nein deswegen werde ich ja gerade mal diesen fuideivelpanzer oder was das auch immer ist vernichten zack erstmal in die hole rüber so wo ist der denn? ist der schon weg? jo so'n scheiß das also gänzlich verzichte ich jetzt total auf mein komisches Zielfernrohr den geben wir einen geben wir einen geben wir einen das würde ich aber auch sagen ich habe heute ein video angeguckt das sah nicht so aus als wäre das so das tollste nein das war übelst aber ich habe jetzt endlich meinen mausspeed gefunden glaube ich endlich das ist ja auch gut heute sind wir schon da ja wir sind doch schon da was sind die Jungs? ach hier ist nur noch akte verwalten bumm da ist mal ein flash die fährst du woanders hin oder? nö ich bin zu fuß unterwegs ich guck nur noch mal wo hier irgendwo noch ein spy ist übrigens ganz so wunderbar habe ich festgestellt du gehst einfach irgendwo um ein Fernglas lang und drückst die ganze Kurve wie ein Idiot und wenn da irgendwo einer ist flupp hast auszusehen anvisiert natürlich aber ob die hämmert da du sollst nicht deine tastatur zerstören Jo, mein Aiming passt wieder, ey. Das ist der vierte Kill. Das freut mich. Er ist gekommen. Nee, 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 nee. Oh, ich höre rattern. Das ist ein Geschützturm. Von uns. Nee. Das war keine Geschützturm. War hier irgendwo. Ach, da drinnen, ja klar. Das passt nur dazu, das ist ein Geschützturm. Klopf, da ist irgendwo ein Spy. Oh. Wo ist der Lightning? Ich seh kein Lightning. Erzählen die denn da manchmal? Oh, doch, da ist ein Lightning. Guck, guck. Oh, halt, Feuer. Na, der Idiot. Da kann ich natürlich nichts dran machen. Oh, da kamen die Schüsse. Wo ist der Herr Hampelmanns? Spügel. Ching. Oh, hier unten ist irgendwie was los. Da ist ein Thunderbird oder sowas. Könnte das sein, ey. Da kommen die ganze Freude, ey. Das ist voll erschrocken. Da ist schon ein Hammer zu dem Neuen. Guter Schuss. Reicht aber nicht, einer. War aber nicht so gut. Äh. Wir haben die Einrichtung bekommen. Ich will ihn haben. Wo ist die Sau? Oh, jetzt ist er schon, da fährt einer, einer. Wohlen fahren wir jetzt? Hier schießt wer. Ach, das ist ja nicht nett. Wo ist die, ey? Nummer 5. Nummer 5 lebt nicht. Nummer 5 ist tot. Wo ist die? Wo ist er? Wo ist er? Ich seh' den dann schon wieder nicht. Oh, direkt in Ahr oder was? Wer denkt in Ahr? Schloss von Ahr. SKE repariert. Hier da, öpp. Ja, blöd zu beschreiben. Ich weiß, wo du bist. Ja, im Südosten, da. Ich bin direkt unter dir. Ich fülle jetzt runter. Hüpf. 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 Da geh' ich jetzt hin. Also, ich halte mir immer nur Panzerfrau zu dem Fenster. Hüpf. In die Haustür. Speng. Dammit. Du bist gerade noch mal raus, Pursche. Bamm. Schnallt einer mit mir in den Schützturm rein. Die ist ja toll. So, alles klar. Voll. Ich habe noch einen Schuss in die Leiche abgegeben. Super. Au, 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 boah. Ich habe noch einen Schuss in die Leiche. Hö, hö. Und in den Kampfrang 4 ist ja lecker nicht. Ha, 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 ha. Nummer 6. Bist du schon oben drin in der Hütte? Ja, ha, 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 ha. Moment. Moment. Klappt sehr hervorragend. Das wird ein Lehrvideo für dich, Woppy. So macht man's. Ha, 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 ha. Ha. Oje, oje. Ein Lehrvideo. Jo. Bist du schon tot? Da irgendwo ist der Sandra hinterm Hügel sein. Hier, kann nicht sein. Das Ding wird wieder zurückgedreht. Nee, der übernimmt doch gerade. Der ist am Brennen wie sonst was. Von da hinten kommen die. Die rennen hier die ganze Karte zu Fuß lang. Habe ich auch noch nie gemacht. Ah, da kann man sich aber neu ausrüsten. Da gehe ich mal kurz rein. Und da ist wer gestorben. Wieso ist da wer gestorben? Ist hier ein Pöser? Muss ja gewesen sein. Wieso sind die denn da mit der Base? Womit fährst du? Ich vergarbe ich. Stehst nur da. Da kommt ein Sandra. So. Aus Nordwest. Hier, McRider. Komm her. Zack. Nee, ist kein Sandra. Ist nur Lightning. Ich habe einen McRider gekauft. Und dann bin es halt zwei Exe weg. Oh, ich kaufe mir noch einen Bappen. Got it. Ich habe einen McRider gekauft. Warte, ich komme mit. Ich komme sofort mit. Nee, meinen McRider habe ich gerade gekauft. Und dann bin es halt zwei Exe weg. Ach, schön. Wie steht der McRider da? Der Generator zerstört. Seht das gut? Wieso machst du denn sowas? Ich bin leiser. 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 Okay, kriege ich es. Ja, ich bin leiser. Hap. Ah, ich sehe schon. Hier hinter dem Hügel. Feindlichen Sandra identifiziert. Feindlicher Sandra im Einsatzgebiet. Boah, jetzt haben sie mich. Das war auch noch dümmlich von mir. Nee, nee, nee. Wer ist schuld? Woppy ist schuld. Ich glaube, der Panzer steht noch da rum. Aber ich glaube, nicht mehr lange. Feindlichen Sandra gesichtet. Feindlicher Sandra. Was ist das? Den hat's zersägt. Das Ding ist wieder uns, würde ich sagen. Ne? Ja, alles klar. Woppy rumpelt durch die Gegend. Der Panzer steht noch später hier. Generator in Gefahr. Und Bobi macht nur Krach. Das alles. Yes, wiederholt uns. Immer mitten in die Fresse. Äh, 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 äh. Ich habe heute meinen ersten Menschen vom Flash-Rum entschossen. Und doch geschneit vor Ort. Ja. Direkt in den Kopf. Bist so gemein. Nö, so schlimm fand ich's jetzt nicht. Ich fand's lustig. Oh nein. Hast du keine M-M-M oder sehe ich dich bloß nicht schießen? Für mich? Ja Ich schieße ab und zu Aber ich muss ja so ein bisschen ausweichen Ja, ich steh das Müsste ich ja die ganze Zeit reparieren Der Sieg ist zum Greifen nah Musste deprimiert sein, oder? Ja, da drüben hat er's nicht getroffen Na komm raus, der Vogel Damp Dem Ausweichen Sitzt der noch drinnen? Ne, der ist gar nicht drin Sotoplatten Nein, der Tschutschke Der noch drinnen sitzt So Äh Ja genau Der Tschutschke ist übrigens eben frisch zu uns gestoßen Äh Wohin kam er denn jetzt? Hier oben Heavens Das ist gar nicht drin Das ist gar nicht drin Wohin kam er